Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempelfort. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 25 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 590 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017